3, 2, 1 schönen guten Tag und willkommen zu einem neuen letzter Jahr. Lange ist es her wir sind im World of Tanks und der Chris ist auch bei mir Hallo Chris. Ja, hallo Clemens Moin Moin, endlich sind wir mal wieder vereint Nee, Schubs, nee endlich sind wir mal wieder vereint, wir beide haben ja lange nichts mehr von uns Richtig Wir suchen uns jetzt erstmal wie gesagt, wir sind hier im World of Tanks Wollen heute mal ein bisschen Ego shootern, ein bisschen rumballern Mal ein paar Russenpanzer wobei wir ja nichts gegen Russen haben Mal ein paar deutsche oder russische Panzerkampfschießen Wie auch immer, Clemens ist gerade am Räumefell Ich weiß schon, dass das hier kein Gärtnerspiel ist, sondern ein Panzerspiel und kein Gartenlandschaftsbauspiel Da ist der Chris mit dem kleinen süßen Panzer Roms, da hat er den Baum mitgenommen Ah, ich bin ja auch Gärtner, ich darf das Ach, ich aber nö oder was? Ich habe hier oben eine geile Stellung gefunden die wollen wir uns gleich mal einnehmen Ich gehe wieder in meine Lieblingsecken und das sind die Büsche Ja, ich sehe bloß immer Ich habe die falsche Tarnung Ich habe hier Schnee Tarnung drin Und da kommt schon der erste Der ist schon der erste Kamerad Ah, den hat er Hab im Visier, hab ihn getroffen Hast du ihn? Hast ihn versenkt? Ne, versenkt nicht, aber ich habe ihn eingehittet Achso Ah, jetzt ist er weg Das ist fein Ich muss nur mit meiner Nase noch ein bisschen weiter reinstellen hier in das Grüne Problem ist, jetzt ist er weg, ich stehe nicht mehr Der ist gerade Au, auf der linken Planke geht der Organ schon was ab Ja, ich sehe das schon Arsch Meine Kette ist im Arsch Wer hat sich getroffen? Keine Ahnung, irgend so ein Hockytonk von irgendeiner Seite kam da irgendein Stuss Irgendein Hockytonk entlang Aber irgendwie treffe ich den da hin Die ganzen Waggons die an den Schienen sind sind alle schon gesprengt So stehen nämlich gerade so schön viele Panta rum Jetzt ist meine Kette schon wieder kaputt Jetzt müssen wir das aber hier ein bisschen zu heikel gehen Das ist der Busch, der sich angreift Nee Da ist irgendeiner, der ballert die ganze Zeit und irgendwie macht der mir ständig die Kette kaputt Die ist aber keiner Ja, der schießt irgendwo von einer Irgendwo von der Ecke schießt der Hier vorne steht bloß einer von unseren Leuten aber der könnte ja auch auf dich schießen Sein theoretisch Da müsste ja theoretisch gekickt werden Theoretisch und praktisch ist immer noch eine zweierlei Ah stimmt So mal gucken Oh da vorne steht einer Ich ne Den hab ich erwischt Den hab ich schön erwischt Also ich find da hinten steht auch noch einer rum Ach absolut das versperrt mir der Typ die Sicht Wo ist er denn jetzt? Okay Den der da hinten rum steht kriege ich jedenfalls Au Von vorne, von vorne Ah scheiße ich hab's nie gesehen Ich hab nicht gesehen wo es her kam, ehrlich nicht Es kam von links und dann kam es von vorne Ah jetzt, 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 warte da ist einer Da ist einer, da ist einer, da ist einer Kam von links und von vorne, ja der Typ war das Der kommt genau auf mich zu wenn er jetzt mal ein bisschen schneller laden würde Das muss weh Ja, ja ich seh's schon, ich seh's schon Ja Er trifft dich aber auch richtig hervorragend Jetzt ist es vorbei Ja, somit habt ihr gesehen wie der Chris ebenfalls in die Luft geflogen ist Ja, ich hab um mein Leben kämpfen müssen Das und Das war's schon wieder von der ersten Runde World of Tanks Jawoll Wir sagen dann Wir sagen dann bis zum nächsten Mal Wiederhauen Weingeschauen Reingehauen Ciao Ja genau Ciao